Begegnungen in der Trickfilmwerkstatt. In dem Projekt kommen sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen einander nah. Beim Filmemachen werden Berührungsängste abgebaut. Ein Beitrag zur Integration. Die Trickfilmwerkstatt im Klassenraum. Kreativ den Dino-Kneten für den Stop-Motion-Effekt. Dann Bild für Bild zum Film. Mit allem, was ein Medienbetrieb braucht. Regie, Schnitt oder eben die Kamera im iPad. Alles Teamarbeit. Stimmt die Einstellung? Die Schüler der Schule im Taubertal werden hier zu Trickfilmern ausgebildet, die dann ihr Wissen weitergeben an die benachbarten Regelschulen. In diesen Kooperationsklassen können sie zeigen, was sie drauf haben. Hier sind sie die Experten. Das Kreismedienzentrum Tauberbischofsheim schult in dem Projekt, in dem die Schüler das schätzen, was Filmemacher ebenso schätzen. Das Storytelling. Man kann halt kreativ sein. Man kann halt seine Figuren selber bewegen, seine Geschichten selber machen. Das macht halt Spaß. Also mir macht es Spaß, diese Figuren, mit denen halt was zu machen und dann halt eine Geschichte bilden. Die Piraten auf dem Schiff, die haben eine Prinzessin gefangen von einem anderen Schiff. Jetzt haben sie die eingesperrt, so hat er den Schlüssel und er fegt dann weiter. Und jetzt gleich, wenn er das zuschließt, kommt der Pirat runter, weil der Pirat wollte eigentlich nicht, dass die die Prinzessin einfangen. Und dann kommen seine Komplizen. Und dann kämpfen die miteinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.